Hallo und moin moin zu einer neuen Folge der Voltus Smart Facts. In der heutigen Folge zeige ich euch den neuen Gira Cube Außenbewegungsmelder. Mit Gira verbindet man jetzt nicht unbedingt Außenbewegungsmelder in der klassischen Form. Da gibt es oder gab es eigentlich Hersteller, die ein deutlich größeres Portfolio bisher hatten. Nun hat Gira mit dem neuen Cube auf jeden Fall eine formschöne Variante mit auf den Markt gebracht und kann somit auf jeden Fall auch mit den anderen Herstellern gut mithalten. Am Anfang habe ich mir gedacht, die Form ist jetzt schon mal was anderes. Wenn man sich das so betrachtet, könnte man auch meinen, Gira hat das Sprichwort das Runde muss ins Eckige wirklich sehr hart interpretiert. Als ich ihn jetzt in der Hand gehabt hatte, muss ich sagen, die Form ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Auf den Bildern wirkt er sehr bollerig, sehr klobig. Aber jetzt so in live macht er echt eine schöne Figur, will ich dazu sagen. Und passt sich eigentlich auch ganz gut der Gebäudesign-Sprache auch mit an. Ich denke mal, was auch die Zielgruppe dieses Melders ist. Dass der Melder es nicht nur optisch, sage ich mal, in sich hat, wurde mir ein bisschen später erst klar. Weil Gira hat sich extrem viele Gedanken gemacht, wie kann man an so einem Außenbewegungsmelder noch ein paar Features dazu bringen, unabhängig davon jetzt im KNX-Bereich, sondern alleine schon die Hardware, wie bekomme ich die gut hin. Und das zeige ich euch jetzt mal. Dazu bauen wir jetzt den Bewegungsmelder auseinander und dann schauen wir uns die Kleinigkeiten im Detail nochmal an. Geliefert wird der Bewegungsmelder, ich war am Anfang etwas überrascht, in mehreren Einzelteilen. Das heißt, ich habe neben dem eigentlichen Melder oder neben dem eigentlichen Sensor die Wand- bzw. Deckenmontageplatte. Ich habe quasi das Mittelstück dazu, der zwischen der Wand und dem Sensor an sich hängt. Habe dann noch eine Streuscheibe mit dabei. Natürlich das weiße Gehäuse und noch eine Abdeckplatte. In der Bedienungsanleitung werdet ihr sehen, ist der Installationsprozess relativ genau beschrieben. Da muss ich sagen, das ist auch wirklich gut so. Es ist schon ein bisschen tricky, das Teil so zusammenzubauen, damit es sauber funktioniert und sauber an der Wand hängt. Wenn es einmal hängt, sieht es super aus. Die Deinstallation, die ist auch noch ein bisschen tricky. Also da hoffe ich, dass das Ding niemals kaputt geht und dass man es nicht auseinander bauen muss. Von daher, wie ist der Vorgang? Ich habe diese Platte, die schraube ich an die Wand. Dann nehme ich mir mein Rückteil. Da sieht man auch die beiden Leitungseinlässe oder Auslässe. Das klicke ich zusammen. Jetzt kann ich das Teil an die Wand festschrauben. Dann nehme ich mir meinen Sensorkopf. Füge den hier in die Laschen ein. Und da muss ich sagen, das ist schon mega toll für die Installation an der Wand. Ich habe die Hände frei. Das heißt, sobald das Teil an der Wand festgemacht ist, hängt der Melder sauber in dieser Führungsschiene. Und ich habe meine beiden Hände frei, um das Kabel anzuschließen. Wenn ich das getan habe, schiebe ich den Melder einfach nur hoch, bis er einrastet. Und schon ist der Melder einsatzbereit. Das Ganze verbinde ich dann nur noch mit meinem Abdeckkasten, nenne ich ihn mal. Und schon ist der Melder fertig und funktioniert. Ein weiteres Highlight, und das ist mir auch erst im Nachgang wirklich bewusst geworden, dass es andere Hersteller komplett anders machen, ist diese kleine Streuscheibe. Der Bewegungsmelder, oder doch der Außenbewegungsmelder, hat einen Erfassungsbereich von bis zu 240 Grad, also relativ groß. Und den kann ich natürlich über die Streuscheibe auch regulieren oder gewisse Bereiche sperren. Andere Hersteller gehen hin und machen von außen diese Streuscheiben von außen drauf. Das sieht dann nicht nur unschön aus, sondern wird auch dazu führen, dass in einer feuchten Jahreszeit irgendwann anfängt, sich Moos zu bilden. Dementsprechend sieht es nicht mehr schön aus, oder diese Abdeckungen fallen sogar runter. Gira ist hier einen anderen Weg gegangen und hat auf der Seite der Kuppel eine kleine Metallplatte mit zwei Schrauben. Diese beiden Schrauben lösen wir jetzt mal und zum Vorschein, wenn ich das gelöst habe, kommen die eigentlichen Sensoren und die einzelne Kuppel. Das Schöne ist jetzt, die Streuscheibe von Gira kommt nicht außen auf die Kuppel drauf, nein, sie kommt von innen drauf. Das heißt, egal ob ich eine Streuscheibe installiert habe oder nicht, man sieht es nicht. Wenn ich das eingesetzt habe, setze ich die Kuppel wieder drauf, arretiere es wieder, schraube die Schrauben wieder fest und schon ist mein Bewegungsmelder einsatzbereit. Ein weiterer Vorteil des Gira Cube ist auf jeden Fall auch, er sieht immer gleich aus, egal ob es eine Wandbefestigung ist oder die Deckenbefestigung. Das ist bei anderen Bewegungsmeldern nicht der Fall. Da muss ich meistens den Melderkopf irgendwie verdrehen oder ich muss das irgendwie in eine andere Position anbringen. Der Gira Cube sieht immer gleich aus und ich kann ihn sogar, wenn ich mir so einen Dachüberstand vorstelle, auch in die Mitte des Dachüberstands stellen. Dafür habe ich diese weiße Abdeckkappe auf der Rückseite und kann somit dafür sorgen, dass ich diese Seite auch verdecken kann. Und somit fällt das Teil überhaupt nicht mehr auf und es sieht wirklich sehr formschlüssig aus. Also Gira hat wirklich einen sehr, sehr hohen Wert drauf gelegt, die Designsprache wieder durchgehen zu lassen. Und je länger ich mir das Teil anschaue, muss ich sagen, mir gefällt der optisch wirklich gut und es ist wirklich mal was anderes von der Form her. Wir wählen jetzt nicht die Voltus Smart Facts, wenn wir uns jetzt nicht auch noch kurz die KNX-Applikation anschauen. Die Applikation an sich ist jetzt wenig überraschend, muss man sagen. Es ist am Ende vom Tag ein Außenbewegungsmelder. Wir haben die Möglichkeit im allgemeinen Bereich die Anzahl der Lichtausgänge zu definieren. Hier haben wir bis zu zwei verschiedene Lichtausgänge zur Verfügung, die ich separat voneinander einstellen kann. Der Bewegungsmelder verfügt über einen Präsenzausgang, den ich separat nochmal ansteuern kann und sehe dann hier auch als Kommunikationsobjekt das Präsenzausgangsobjekt. Er hat einen Abwesenheitsausgang mit integriert, einen integrierten Dämmerungssensor. Das ist ja fast schon normal, aber er hat auch eine Helligkeitsmessung. Im Unterschied zu vielen anderen Präsenzmeldern am Markt geht der Gira Cube hin und sendet nicht nur einen Luxwert, sage ich mal bis 1000 oder 2500 Lux, sondern er misst wirklich die echte Helligkeit und ich kann die komplette Helligkeit auf den Bus bringen. Das erspart mir unter anderem dann auch einen Helligkeitsfühler. Die einzelnen Parameter sind relativ überschaubar gehalten, da gibt es auch nicht so viel einzustellen. Beim Lichtausgang an sich habe ich verschiedene Funktionen, die er dementsprechend machen kann. Ich kann Schalten, Dimm oder den Lichtzehnen nebenstellen ansteuern. Ansonsten diese typische Thematik Vollautomat, Halbautomat auch mit drin und die Nachlaufzeit. Am Ende vom Tag eine extrem einfach zu bedienen Applikation, aber wenn man ehrlich ist, man braucht fast nicht mehr in einem Ausbewegungsmelder. Da geht es dann doch eher darum, dass er sauber die Bewegung detektiert und das Licht sauber an- und ausschaltet und dementsprechend seine Aufgabe erfüllt. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Gira Cube mittlerweile richtig gut. Das war quasi Liebe auf den zweiten Blick, um es so zu sagen. Ich denke, er wird auf jeden Fall seine Liebhaber finden. In einem modernen architektonischen Haus ist er auf jeden Fall sehr gut platziert und sticht da auf jeden Fall gegenüber den anderen Produkten am Markt deutlich hervor. Die 240 Grad Erfassungsbereiche sind auch in der Regel vollkommen ausreichend. Und von daher, ja, mir gefällt das Produkt. Wenn ihr Fragen habt zur gesamten Cube-Serie, denn es gibt ihn sowohl in KNX als auch konventionell. Wenn ihr weitere Fragen habt zu anderen Bewegungsmeldern, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Und dann, ja, mir gefällt das Produkt. Und dann, ja, mir gefällt das Produkt.